Im vorigen Video haben wir vorwärts transformiert. Das heißt, wir haben von der Modellierungssprache in die Programmiersprache übersetzt. Es ist aber auch die umgekehrte Richtung möglich. Das heißt, von der Programmiersprache in die Modellierungssprache zu übersetzen. Das bezeichnen wir als Reverse Engineering. Das Reverse Engineering wollen wir an einem einfachen Beispiel demonstrieren. Insbesondere gehen wir dabei auf die Navigationsrichtung der entstehenden Beziehungen ein. Unsere Aufgabe ist es nun, diesen Java-Code in ein äquivalentes UML-Klassendiagramm zu übersetzen. Im Java-Code haben wir zwei Klassen gegeben, eine für Personen, eine für Hunde. Der Name dieser Klassen sind Person und Dog. Dementsprechend benötigen wir im UML-Klassendiagramm ebenfalls zwei Klassen, eine Person und eine Dog. Sehen wir uns das erste Attribut innerhalb von Person an. Hier steht Public String Name. Entscheidend ist im ersten Moment, dass der Typ dieses Attributs ein Datentyp ist, nämlich String. Wenn der Typ ein Datentyp ist, so wird daraus in UML ebenfalls ein Attribut. Wenn wir das wissen, ist es wieder trivial. Wir können nämlich in der Klasse Person das Attribut definieren. Public ist die Sichtbarkeit, daher haben wir hier ein Plus. Wir führen den Attribut Namen Name an und nach dem Doppelpunkt den Typ, nämlich String. In der Klasse Dog befindet sich ein Attribut, das ident aufgebaut ist, daher ohne große Erklärung schreiben wir in Dog ebenfalls dieses Attribut hinein. Als nächstes wollen wir das zweite Attribut innerhalb der Klasse Person betrachten. Dieses ist Public Dog BF. Der Typ dieses Attributs ist nun nicht ein Datentyp, sondern eine andere Klasse. Und wenn der Typ eine andere Klasse ist, so bilden wir das in UML nicht durch ein Attribut ab, sondern durch eine Beziehung. Eine Beziehung, die navigierbar ist von der Klasse, in der das Attribut enthalten ist, zum jeweiligen Typ des Attributs, also von Person zu Dog. Das zeichnen wir in unseren UML-Diagramm ein, eine Beziehung navigierbar hin zum Dog. Die Sichtbarkeit ist Public und der Name des Attributs ist BF. Dementsprechend können wir das in UML abbilden durch die Sichtbarkeit Public Plus und der Attributname wird zum Rollenname BF. Wir können von einer Person nur einen Dog referenzieren, daher ist die Multiplizität auf jeden Fall höchstens 1 und da Nullwerte erlaubt sind, ist die Untergrenze 0 und wir haben als Multiplizität 0 bis 1. Auch in der zweiten Java-Klasse Dog befindet sich ein zweites Attribut. Der Typ dieses Attributs ist wieder eine andere Klasse, nämlich Person. Dementsprechend benötigen wir auch eine Beziehung von Dog nach Person. Da wir bereits eine Beziehung in die umgekehrte Richtung haben, liegt der erste Verdacht darauf, dass diese Beziehung in beide Richtungen navigierbar ist, dass wir also auch von Dog zu Person navigieren können. Diese Navigierbarkeit zeichnen wir ein. Die Sichtbarkeit des Attributs ist Public und der Name des Attributs ist O. Dementsprechend zeichnen wir die Sichtbarkeit Public und die Rolle O auf dieser Seite ein. Wir müssen vom Hund aus nur eine Person referenzieren, daher ist die Obergrenze der Multiplizität wieder 1 und weil Nullwerte erlaubt sind, ist die Multiplizität 0 bis 1. Somit haben wir die erste Lösung für die Übersetzung von Java in ein äquivalentes Urmel-Klassendiagramm durchgeführt. Um die Lösung unseres Klassendiagramms zu überprüfen, wollen wir ein zugehöriges Objektdiagramm modellieren, das konform zu diesem Klassendiagramm ist. Dabei unterstellen wir, dass BF für best friends steht und die Semantik von O owner ist. Für die Lösung in unserem Objektdiagramm haben wir zwei Objekte von Person eingezeichnet, nämlich Alex und Christian und auch zwei Objekte von Dog, nämlich Henry und Ivo. Jetzt gilt es, diese Beziehung hier abzubilden und wir sagen, der best friend von Alex ist Henry, weil diese Beziehung im Klassen-Klassendiagramm in beide Richtungen navigierbar ist, ist auch der Link im Objektdiagramm in beide Richtungen navigierbar und damit ist sichergestellt, dass der owner von Henry Alex ist. Ähnliches gilt für unteres Paar, nämlich der best friend von Christian ist Ivo und damit ist auch festgelegt, dass der owner von Ivo der Christian ist. Somit haben wir ein Objektdiagramm modelliert, das konform zu diesem Klassendiagramm ist. Wir wollen unsere Lösung jetzt noch einmal überprüfen und dabei unterstellen wir diesem Attribut O hier eine andere Semantik. Bis jetzt sind wir immer davon ausgegangen, dass O für owner steht. Ich sage Ihnen jetzt, O steht gar nicht für owner, O steht für Opfer. Und Sie wissen ja, dass ein Hund niemals sein eigenes Frauchen oder Herrchen beißen würde. Das heißt, das eigene Herrchen oder Frauchen ist niemals das Opfer. Was bedeutet das für unser Objektdiagramm? Es gilt ja noch immer, dass von Alex der best friend der Henry ist und von Christian ist der best friend der Ivo. Aber wir haben ja gesagt, Henry würde niemals dann Alex beißen und daher wäre ein mögliches Opfer von Henry der Christian. Ähnlich ist es hier. Ivo würde niemals Christian beißen. Christian kann nicht das Opfer sein. Potenzielles Opfer von Ivo wäre Alex. Nun erkennen wir, dass die entstehenden Links im Objektdiagramm nicht in beide Richtungen navigierbar sind. Wir haben hier einen Link zum Abbilden von best friend und einen anderen Link zum Abbilden von Opfer. Genauso wie hier. Das bedeutet auch, dass wir im Klassendiagramm nicht eine beidseitig navigierbare Beziehung zur Abbildung der ganzen Semantik haben können, sondern wir benötigen im Klassendiagramm ebenfalls zwei verschiedene Assoziationen. Nämlich eine Assoziation von Person zu Dog zum Abbilden der Semantik des best friends und eine zweite Beziehung von Dog zu Person zur Abbildung der Semantik des Opfers. Fassen wir also das bisher Gelernte noch einmal zusammen. Wir haben gegeben zwei Java-Klassen und übersetzen diese in ein UML-Klassendiagramm. Jedoch je nach der Semantik des Attributs O haben wir zwei unterschiedliche Lösungen für unser Klassendiagramm gefunden. Daher stellt sich die berechtigte Frage, welche dieser beiden Lösungen ist denn die richtige? Um das zu beantworten, wollen wir noch einmal Forward ingenieren. Das bedeutet, wir nehmen an, jetzt seien die UML-Diagramme gegeben und wir müssten den Java-Code daraus ableiten. Wenn wir das obere Klassendiagramm nach Java übersetzen würden, würde, nicht überraschend, genau dieser Code entstehen. Und wenn wir das untere Klassendiagramm nach Java übersetzen würden, würde ebenfalls genau dieser Code entstehen. Das bedeutet aber auch, wir haben im oberen Fall einen Informationsverlust. Denn der untere Fall drückt ja nur aus, dass ich von Person zum Hund navigieren kann und vom Hund zur Person. Im oberen Fall habe ich eine weitere Einschränkung. Nämlich, wenn ich von einer Person zu einem Hund navigiere, dann komme ich über die selbe Beziehung, über den selben Link wieder zur selben Person zurück. Und diese Information ist beim Forward Ingenieren verloren gegangen. Wenn ich nun Reverse Ingeniere, kann ich diese Information ja nicht einfach herstellen und dementsprechend ist bei der Übersetzung von Java nach UML nur mit Sicherheit der untere Fall zu garantieren. Wenn ich die Navigierbarkeit in beide Richtungen feststellen möchte, so brauche ich dafür weiterführende Informationen. Naheliegend wäre, wenn ich das in einem Tool implementiere, dass ich Beziehungen in beide Richtungen erkenne und dann den Entwickler frage oder die Entwicklerin, soll ich die beiden Beziehungen zu einer doppelt navigierbaren Assoziation zusammenfassen. Eine weitere Möglichkeit wäre, Sie haben die Objekte des Informationssystems in Zugriff und können dann die doppelte Navigierbarkeit feststellen. Oder Sie haben die Methoden implementiert und versuchen über diese Implementation festzustellen, ob eine doppelte Navigierbarkeit gegeben ist oder nicht. Jedoch, wenn Sie nur den Code wie hier gegeben haben, so können Sie beim Übersetzen nur die untere Lösung garantieren. Jetzt sind wir nicht nur in der Lage, ein Forward-Engineering vom Klassendiagramm zum Code zu betreiben, sondern auch ein Reverse-Engineering vom Code zum Klassendiagramm. Das heißt, wir können auch theoretisch ein Roundtrip-Engineering durchführen. Das heißt, von der Klasse in den Code und wieder zurück. Im abschließenden Video wollen wir uns den Paketen widmen.